Hey Leute, hier ist der Luca Henni. Ich bin gerade an der Premiere von Sing hier in Köln. Ich finde es toll, dass so tolle Kollegen mitmachen. Es ist echt eine witzige, coole Mischung. Und deswegen macht es auch hier gerade vor Ort wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich, dass so viele da sind. Sehr viele Fotos gemacht mit den ganzen Leuten. War auf jeden Fall mega cool. Diese Fans irritieren mich auch ein bisschen, vor allem dieses Geschreibe. Es geht um ein Theater, was in die Brüche geht. Theater müssen gerettet werden und in dem Falle machen es wirklich wunderbare Tiere, die eigentlich Selma alle ein schweres Los auf ihre Weise haben. Ich habe von gefühlten 50 Songs 48 mitgesungen. Mir gefallen wirklich auch diese Neubearbeitung der Songs sehr, sehr gut, weil die nicht nur so ein Disco-Beat untergelegt, sondern die sind noch cool gemacht. Das ist ja schon irgendwie ein lustiger Moment, wenn man diese Maus da rumläuft und so redet wie ich. Ich fand es einfach total interessant, in sowas auch tätig zu sein. Ja, und jetzt habe ich es mal erlebt und es ist eine geile Sache. Ich habe die Rolle gesehen und dachte, wenn ich die nicht spreche, welche sonst? Er macht so gute Laune, er hat so zauberhafte Tiere. Ich denke auf jeden Fall, dass es richtig gut wird. Auf Iris werben als Schaf, da freue ich mich ganz doll drauf. Wenn man Sing gesehen hat, kommt man gut gelaunt raus und man hat sofort so ein bisschen so eine Lebenslust. Unterhaltsam, süße Charaktere, viel Musik, schöne Geschichte. Und das will ich jetzt sehen. Der Moment, der unser aller Leben verändern wird. Wir rocken bis die Schwarte kracht. Ja! Die Angst darf dich nicht von etwas abhalten, das du liebst. Ja! Wenn man ganz unten angekommen ist, bleibt nur noch ein Weg übrig nach oben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Fröschen in Scope. Iris Werben, Stefanie Klos, Katharina Thalbach, Oli Schulz, Alexandra Maria Lara, Daniel Hartwig. Bleibt gesund und glücklich, kommt gut nach Hause. Schönen Tag euch noch. Tschüss zusammen! Ab 8. Dezember im Kino. Sing, geht rein und singt mit. Euer Prince Damien. Viel Spaß!